Ich steig dann schon mal ein, ne? Und ich hab immer noch... Was? Ja, kein Scheiß. Ist ja gut hier. Ist hier Platz überhaupt für drei jetzt? Weiß ich nicht. Einer wird wahrscheinlich laufen müssen. Nee, da ist doch ein... Ah, da muss... Klar... sein eigenes holen. Ja. Anscheinend, ja. Okay. Ich warte, bis du's gespawnt hast. Dann fahren wir gemeinsam. Okay, let's go! Ich bin bei Deiner, aber ja, Sprache und Singen und so. Hm. Das ist ne riesige Map übrigens, Killer. Oh! Oh, was? Muss ich da runter? Ähm... Oh ja. Nein, da ist rechts runter. So ein Kack! Die Banditen haben uns gefunden! Fahr schon, Bro! Ich fahr! Ja! Ich weiß, dass es da... da... rechts runter ging, aber... Hey, Spider-Rant! Hey, halt dich bloß von dem Kack! Du wolltest nicht, ne? Ginger sind innen noch hässlicher als außen. Ja, ging schneller! Ja! Außerdem sind zermatschte Spider-Rant seine Banditendelekatesse. Ich mein ja nur. Guck mal, Mann! Schwere los! KDK! Wache, wir sind fertig! Wir kommen in der Gefahrenzone, Sackgesichter! Ich bin wach! Sackgesicht! Du bist wieder wach, ja? Ich sag so! Und du wolltest bis nach eins warten, also... Ja! Nee! Oh Gott! Brauchst du mir auch nie wieder sagen, ich soll essen und trinken, wenn du selber nicht wachst! Naja, hat eher den Grund, weil ich nicht wach... sonst weil ich nicht wollte, dass ich auch nicht wach bin. Hey, warum? Ja, das gibt's kein Problem. Mann, fährt das scheiß Fahrzeug nicht! Ich weiß nicht! Nein, unser Auto! Spawn neues! Hier, alle reinsteigen! Liss! Ja! HALTER! 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 Warte, warte, warte! Jetzt! HALTER! 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 Boah, töten wir die ersten Mal, oder? Die können... Ja, das. Das. So, jetzt ist alles. So! Hier! Alter, diese Musik! Ich... Ich... Oh nein! Ich hab immer noch keine Musik... Sei froh! Aber nein, ich will für alles vom Spiel mitbekommen! Ich höre so, du 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 du... So Entspannungsmusik, was ist denn für ein Kack? Besser als gar nichts! Wir müssen zurückschlagen! Oh Gott! Das Spiel ist echt manchmal sehr verwachsen. Hilfe! Hilfe! Schade, es ist wieder keine Musik. Oh nein, hinter uns. Mach doch mal Musik an! Sag's dem Spiel! Ich glaub, ich hab Hunger. Ich glaub, ich hab Hunger. Oh Gott, warum? Es gibt Nachschub, Gefahren zu! Mein Auto ist kaputt. Ja, wir können leider nicht stehen bleiben. Fahrt weiter, fahrt weiter. Ich versuche euch hier noch ein bisschen den Arsch freizuhalten. Wenn du weiterläufst, kannst du wieder im Auto spawnen. In der Höhle. Wir sind nicht sicher! Schlag mir sie zusammen! Nein! Oh Mann, ein KDK-Landungsschiff! Pass auf! Ich habe etwas Angst. Ja, ich bin doch gut dabei! Glaub ich. Und du schießt sie so gut es geht ab. Ja! Ah, eine richtig fette Kurve! Was ist zur Hölle? Wir müssen zurückschlagen! Ja! Das ist total scheiße! Zielen und Fahren! Ja, ja. Weil... Song-Request habe ich nicht an. Das würde jetzt im Story-Game nerven. Und ich möchte es ja noch in YouTube hochladen. Könnte ich sonst nicht mehr machen. Ja. Das ist doch YouTube so ganz zutraub. All Ihre Fahrzeuge müssen vernichten! Nein! Das interessiert uns nicht, was du sagst. Schön für dich! Oh Gott! Schlafen wir einfach! Oh nein! Ich krieg hier aufs Maul, Kammerjäger! Ja, was soll ich machen? Dann schieß du doch, du Blödmann! Fast geschafft! Fast? Oh Gott! Äh... Äh... Schnell mit dir! Ja, das ist leider ein bisschen... leider ein bisschen doof. Oh oh! Ich habe ja schon zwei Streams oder so hochgelandet. YouTube. Ich schneide das nicht in Pass, das ist zu viel. Ähm... Oh mein Gott! Blutsfahrt! Okay, da lebst du nach? Ja. Okay. Bin ich gerade nur kurz am konzentrieren, dass ich hier durchkomme. Ja, wir auch! Wir sind am Ziel, glaube ich. Blutrausch, Blutfahrt, Blut... Die haben alles Blut hier! Blutfest! Da kommen wir, erlösen Killammer. Ja, er ist schon da. Oh, boah, Alter! Mich erst mal gleich überfraß! Haha, dieses Gesicht! Entschuldigung! Dieses Gesicht! Wie der mich angeguckt hat, ist total verstörend. Meinst du mich oder der andere? Was? Meinst du mich oder den anderen? Mit dem Gesicht? Dein Gesicht, Killer! Ja, mein Gesicht ist doch... ist sexy! Ja, total! Ah, meins ist das Beste! I'm sexy and I know it! Keine Taube und... ich weiß es... Bereit für einen Kampf! Oh, ich sehe hier schon wieder Fahrzeuge... Okay, das Fresskoma setzt ein. Jetzt schon? Ah, trautes halb scheiß allein! Was? Trautes halb scheiß allein, was? Sexy! Jetzt höre ich wieder ein bisschen... Ah! Leise... Leisen Soundtrack! So, ich will erst mal diese Mission hier abgeben. Automaten! Geh ich gleich dran! Führe Phasenverschiebung aus! Was? Ah, jetzt will man über das Wasser gehen! Angels Erinnerungen enthielten alle Informationen, die mir fehlten. In dem Hyperion Wasserendkeimer ist ein Chip... Ich habe aber keine... keine Sachen aufgesammelt. Ich überbrücke ihn einfach... Und wir haben die Wasserknappheit hinter uns. Es gibt noch Milch! Geld schafft Kammerjäger! Und dafür mussten wir nur die traumatische Kindheit eines gefallenen Engels nacherleben. Sag Vaughn, dass sein Wasserendkeimer wieder funktioniert. Ich ne Schrotflinte. Und der Wasserendkeimer funktioniert wieder. Komm mal Jäger! Bro! Ich muss sagen, ich habe schon viele verrückte Farben hinter mir. Aber deine Fahrkünste? Echt fett, Bro! So richtig fett! Gib mir Bescheid, wenn du mal wieder fahren willst, Bro! Oh, kann der aber auch so mit seinem Bro! Ach Bro, Alter! Was ist los? Alter! Hab mich mitreißen lassen! Alter, Bro! Egal! Wir bewachen das eridianische Dings und versammeln die Truppe... Freie Songs? Du meinst nur Copyright Songs? Geht's los! Oh! Und kannst du die Geisterfrauenmann... Wird aber auch im Spiel stört! Ja! Da hab ich immer spezielle Gedanken! Oh! Bitte! Manchmal kommt ja auch dann Musik im Spiel. Wir haben mehr Wasser! Das ist wunderbar! Wasser, rutschen, City, Baby! Oh! Rutschig! Nass! Glänzend! Glitternd! Hä? Ja, und also, niemand muss mehr verdursten! Das ist auch nicht verkehrt! Der Typ ist auch durch! Und niemand muss mehr verdursten! Okay! Kehre zum Sanctuary zurück! Lave 37! Wow! Was ist das denn bitte für ein Schild? Kapazität 817! Und das soll legendär sein? Aber ich denke, ich weiß, was er meint! Ja! Wenn wir Bosskämpfe haben, kommt ja meist auch dann Musik! Das wäre dann, glaube ich, sehr störend! Kehre zum Sanctuary zurück! Boah! Boah! Ich habe ein Schild, was gegen Strahlung 100% immun ist! Oha! Was soll das? Das müsst ihr auch bekommen haben! Echt? Mhm! Ja! 817! Gehen wir zu Moxie! Knöpfe drücken! Wuuu! Oh nein! Ich meine die Automaten, ne? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, Moxie ist bei den Automaten und ich möchte halt... Ja, okay! Du die Automaten! Ja, ich gebe jetzt einmal Trinkgeld für ihre zwei schlagfertigen Argumente und dann... Ja, ja! Deswegen ist Liz so arm! Ja, ja! Ihre schlagfertigen Argumente! Ist so! Ist nur die Wahrheit! Ja, die erschlagen wirklich! Zwei unschlagbare Argumente oder was? Richtig, ja! Deswegen verlieren wir Makina! Umso größer, umso... Ja, umso größer die sind, umso... Unschlagbarer sind sie! Ja! Also, was redet ihr da schon wieder? Ich weiß das auch nicht, was die da reden! Das ist spät! Das ist spät! Das ist ja... Das ist spät! Oh, ja! Geht ja schon auf die Null Uhr zu! Ja! Moxie! Wuuu! Blutfest! Ja! Hallo, Moxie! Ja! Also, ich gebe jetzt Mark Trinkgeld! 100, 200! So! Bitteschön! 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 Aber das Schild ist scheiße! Kannst du dir nur so 6000 Dollar schießen? Guck mal. Du brauchst mehr Platz! Also, kaufen Sie nicht mehr Platz! Ich brauche noch 129.000! Ja, mein Handy! Sprich mit Lilith, damit du nicht so lange bei Moxie bleiben kannst. Ich bin gar nicht bei ihr, ne? Ja, okay. Glaube ich dir nicht. Du hast mein Eridium verstärkt. Okay. Los, wir können sie immer noch aus dem Schiff schmeißen. Den Kalypsus, schon klar. Das sollte interessant werden. Hey, Kackefarmer. Seht euch das an. Kackefarmer. Was ist mit der Waffe? Was hat Troy vor? Was? Was? Aua. Notfall. Tut nichts Unüberlegtes. Sind alle okay? Hi, Ferro. Wie hast du einen... Schaut aus dem Fensterkacke, Fahmer. Was? Was zur Hölle passiert hier? Alter, wie die... Der verdammte Mond, ihr Idiot. Die machen was mit dem Planeten. Die großen Kammer war die ganze Zeit vor euren hässlichen Nasen. Hey, meine Nase ist voll schön. Guckt euch das mal an. Dann habt ihr uns eure blöde... Sie redet Freundin geliefert. Und jetzt kann Troy einfach Iridium nehmen. Sobald ich Elbis aufgeladen habe, öffnet sich die große Kammer. Musst du erst den Weg finden? Geht auf die Kraft des Monsters im Innern aus und wir werden Götter. Wir würden euch ja zur feierlichen Eröffnung einladen, aber... Das ist so eine Art Familiensache. Wir sehen uns beim Ende der Welt! Oha, was ist das denn? Also ich finde ja den Weltraum und alles, finde ich so mega geil, ne? Das ist zum Teil aber auch beängstigend. Die große Leere, ne? Das ist schon krass. Mein Controller ist leer! Nein! Und dann andere. So, Abladekabel. Du hattest recht. Wir müssen aufs Feuer zulaufen. Los geht's, Leute. Aber jetzt mal Tarellis, wie ist das Spiel? Kann an die anderen anschließen oder eher einfach eine billige Nachfolge? Ist das Gameplay gut? Ich finde es mega. Es macht richtig Spaß. Ja, es macht echt Spaß. Eine billige Nachmache finde ich das jetzt nicht. Das macht schon echt Bock. Also hier sind auch so viele Sprüche, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, warum tut ihr das? Genial. Es macht aber mehr Spaß, wenn man zusammenzongt. Das Problem ist, glaube ich, man muss gleichzeitig irgendwie beginnen. Es ist Zeit, in ein paar KDK-Ersche zu treten und die Kalypsos auszuschalten. Oh nein, ich habe sofort mit Lilith gesprochen. Bin ich bescheuert? Alles andere war optional. Du drückst zu schnell die Knöpfe. Was? Ja, ich wollte nur die Knöpfe von ihr. Was? Ich bin irgendwie uninteressant für meinen persönlichen Geschmack. Die Sprüche sind aber tatsächlich witzig. Also allein hätte ich das Spiel jetzt nicht gezockt. Das muss ich halt sagen. Ja, deswegen war es meine Idee. Ja, die anderen Teile hatte ich allein gezockt, aber es war schleppend. Ja. Und mal so ein Zusammenprojekt ist auch geil. Ja. Das wollen wir machen. So was ist cool. Es fehlt mir noch einer im Team, aber... Wir schauen uns alle gemeinsam Moxys Brüste an. Was? Nein, Moxys gehört mir. Hallo? Ich will zwischen den Falten... Äh, was? Ich beende den Satz nicht. Hier sind immer noch zwei Nebenmissionen. Warum laufe ich jetzt so Moxys? Ich meine, was soll das? Das ist Killers Schuld. So, machen wir mal... Holen wir uns mal die zwei Nebenmissionen, die hier noch sind. Ach, wir konnten das letztes Mal nicht machen, weil sofort eine Mission gestartet ist da, ne? Nun haben wir die weitergebracht. Die guckt mir so groß nicht an. Reise abgebrochen, warum? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich bin nur bei Moxys. Ich bin in meinem Zimmer rumlaufen. Hier, tut's nochmal als Zimmer. Bitte schön. Ich hab jetzt 400 Dollar gegeben. Guck mal grad den Kackhaufen an, den mein Tier hier reingesetzt hat. Eih, das sind das Monsterhäufchen, ey. Macht euch Mox was Falten was? Ja, ist okay, ich hab den Fahnen verloren. Ist besser so. Es ist besser so. Den Fahnen möchtest du nicht. Den Fahnen möchtest du nicht? Das Problem ist... Ne, wirklich nicht. Man möchte nicht verstehen, was ich damit meine. Nein. Das ist mein krankes...